hallo in diesem video zeige ich euch wie ihr dieses niedliche lebkuchenmännchen häkeln könnt ihr benötigt dazu einmal ein beige oder braun ton für den körper weiß für den zuckerguss und schwarzen faden für das gesicht und zwei beliebige farben für die knöpfe hier vorne drauf und ihr könnt es auch mit weiß machen so wie ihr das gerne mögt also haben wir dann hier einmal das garn dazu eine passende häkelnadel und eine schere eine stopfnadel und natürlich auch etwas füllwatte wir beginnen mit dem arm und dazu benötigen wir dann den beige ton bzw wenn ihr braun nehmt einen braun ton ich beginne mit einer schlaufe ihr könnt aber auch mit einem faden ring anfangen und häkel hier zwei luftmaschen rein und dann sechs feste maschen in die schlaufe 2 3 4 5 und 6 so in der nächsten runde verdoppeln wir jede feste masche also immer zwei feste maschen in jede masche der vorherigen runde dass wir auf insgesamt zwölf feste maschen kommen also immer zwei feste maschen in jede masche der vorherigen runde noch einmal so hier auf häkeln wir jetzt zwei runden mit jeweils zwölf festen maschen also einfach zweimal bis zwölf zählen oder halt einmal bis 24 das mache ich jetzt mal eben im schnelldurchlauf so die letzte masche schließe ich jedoch nicht mit dem faden ab sondern schließe den mit dem mit dem weißen faden ab weil wir jetzt eine runde mit zwölf maschen in weiß häkeln und der übergang ist ein bisschen schöner wenn wir den mit der neuen farbe abschließen also jetzt noch zwölf maschen mit weiß häkeln ich lege dazu die faden enden hier so über die mitte drüber und häkel die dadurch quasi ins innere mit ein das ist dann fast so als wenn sie direkt vernäht werden dann ist das ganze etwas stabiler das reicht für so 23 maschen dann ist das ganze eigentlich schon stabil genug also eine runde jetzt mit weiß da braucht man auch gar nicht unbedingt zählen weil man sieht ja auch einfach wenn man die runde fertig gehäkelt hat und hier mache ich das wieder genauso dass ich die letzte masche mit der neuen farbe abmasche dann lege ich den weißen faden hier wieder über die mitte und täglich jetzt eine runde mit zwölf maschen wieder in beige den weißen faden brauchen wir nicht mehr den können wir dann auch jetzt abschneiden und einfach ins innere reinstecken so also einfach eine runde noch mal mit zwölf maschen mit beige in der nächsten runde nehme ich drei abnahmen vor das heißt ich hätte jede dritte und vierte masche zusammen also erst mal zwei maschen und in der dritten hole ich nur die schlaufe durch und in der vierten und häkel die so zusammen noch zwei mal eins zwei die dritte und vierte zusammen häkeln noch einmal eins zwei und die dritte und vierte zusammen häkeln jetzt nehme ich mir ein klein wenig füllwatte und stopft das ärmchen schon mal aus nehme dazu die häkelnadel als hilfe und häkel hier drauf eine runde mit neun maschen weil unsere runde hat jetzt neun maschen einfach eine runde hier drauf häkeln drei vier fünf sechs sieben acht und neun nun drücke ich das ganze hier oben so platt aufeinander dass die masche hier ganz rechts außen ist und gehe mit der häkelnadel von hier vorne nach hinten komplett durch den arm durch und häkel den arm so hier oben mit insgesamt drei maschen zusammen also komplett durch den arm drei mal von vorne bis hinten durchstechen mache zwei luftmaschen drehe das ganze hier so um und häkel hier noch eine reihe nicht runde mit drei maschen drauf 12 und hier auch noch eine drauf somit haben wir ein arm schon fertig den faden können wir relativ kurz abschneiden ein arm fertig und genauso häkelt ihr einen zweiten arm und die legen jetzt erstmal beiseite und nun geht es weiter mit den beinen auch hier mache ich wieder eine schlaufe beziehungsweise immer könnte ein faden ring magic ring machen häkel zwei luftmaschen rein und täglich hier wie beim arm auch sechs feste maschen wieder rein in der nächsten runde verdoppel ich aber nur jede zweite feste masche komme dann auf insgesamt neun feste maschen also eins in die nächste häkel ich zwei maschen die dritte wieder nur eine in die vierte wieder zwei dann wieder nur eine und dann zwei so in der nächsten runde verdoppeln wir auch nur drei maschen das heißt dass ich nur jede dritte verdoppel also eine masche zwei maschen und in die dritte häkel ich nur zwei das ganze noch zwei mal eine masche noch eine masche in die dritte häkel ich zwei maschen noch einmal eine masche zwei maschen drei da häkel ich zwei rein jetzt habe ich hier zwölf feste maschen und hier auf häkel ich zwei runden mit zwölf maschen ich könnte hierbei auch einfach wieder bis 24 zählen ich mache das wieder im schnell durchlauf so sieht das nach den zwei runden aus bei dem ersten bein schneidet ihr den faden auch wieder kurz ab ich habe das erste bein aber schon vorbereitet da da und bei dem zweiten bein lassen wir den faden dran weil wir von hier direkt den körper weiter häkeln ich häkel hier jetzt noch eine runde drauf in der ich aber die sechste masche verdoppeln also komme ich auf insgesamt 13 feste maschen eins zwei drei vier fünf sechs da häkel ich noch eine rein sieben acht neun zehn elf zwölf nun nehme ich das andere bein dazu und häkel hierauf weiter ich mache das direkt hier nach der letzten gehäkelten masche lege mir den faden auch hier wieder drüber und häkel den ein und auch hier verdoppel ich die sechste masche schon habe ich die beiden verbunden eins zwei drei vier fünf sechs da hätte ich noch eine rein und jetzt noch weitere sechs eins zwei drei vier fünf sechs so jetzt haben wir die verbunden und wenn ich jetzt die nächste runde weiter häkel dann ist das hier auf der seite auch noch verbunden und zwar die nächste runde dann 26 maschen also ich häkel hier drauf dann eine komplette runde wir sehen hier die letzte masche die ich gehäkelt habe also muss ich hier weiter häkeln ab da ist dann meine erste masche von der nächsten runde die häkeln wir jetzt noch einmal zusammen das sind dann insgesamt 26 maschen die ich ab hier häkel so hier unten bleibt eventuell so ein kleines loch was ihr nachher nochmal zunähen müsst oder aber was ich auch schon mal mache um ein bisschen zu tricksen ich mache die masche nochmal auf wenn euch das nicht zu sehr verwirrt ich hole hier schon mal eine schlaufe durch und hier wo ich die letzte masche rein gehäkelt hatte auch eine schlaufe durch das zählt nämlich noch nicht als masche sondern erst wenn ich hier in der ersten masche den faden durch hole das zählt als erste masche und so habe ich das loch schon etwas geschlossen also das war die erste masche von 26 also 25 2 3 4 ich mache das schnell im schnelldurchlauf 25 und 26 also die runde hört dann immer genau hier hinten zwischen den beinen auf so die erste runde haben wir zusammen gehäkelt nun nehme ich mir einfach als hilfe zur markierung ein faden denn wir häkeln jetzt noch genau so sieben runden hier drauf und als markierung lege ich mir hier ein faden zwischen ersten masche dann brauche ich nicht mehr zählen sondern häkel einfach sieben mal rund bis ich dort bei diesem faden wieder angekommen bin sieben runden insgesamt so nun habe ich meine runden fertig jetzt lege ich mir die markierung weiter nach hier oben in der nächsten runde nehme ich zwei abnahmen vor und die könnt ihr beliebig machen ich mache sie aber jeweils an den seiten das beeinflusst ein bisschen die form ob man die jetzt hinten macht die abnahmen oder vorne wenn ihr sie vorne in der mitte macht wird das bäuchlein ein wenig hervorgehoben ich mache sie an den seiten das ist so ein bisschen schmaler zu den seiten wird also mache ich hier meine erste abnahme da braucht ihr auch gar nicht zählen wenn ihr den markierungs faden hinten reingelegt habt weil ihr häkelt dann einfach rund bis ihr bei der markierung wieder angekommen seid und dann mache ich hier auf der seite meine zweite abnahme und bin jetzt auch schon einmal rund so jetzt habe ich 24 maschen in der nächsten runde nämlich drei abnahmen vor da hätte ich die siebte und achte masche zusammen also erstmal 6 maschen häkeln 3 4 5 6 die siebte und achte häkeln zusammen das ganze noch 2 mal 2 3 4 5 6 die siebte und achte zusammen häkeln noch einmal 1 2 3 4 5 6 und die letzten beiden maschen zusammen noch eine runde mit drei abnahmen da häkel ich dann jede sechste und siebte zusammen also erstmal fünf feste maschen häkeln 3 4 5 die sechste und siebte zusammen noch zwei 2 3 4 5 die sechste und siebte zusammen und noch einmal 2 3 4 5 und die letzten beiden zusammen so in der nächsten runde häkeln wir auch schon die arme fest die häkeln wir direkt mit ein das erspart das lästige zusammennähen so dazu häkeln wir erstmal fünf maschen dann müssen wir ungefähr an der seite angekommen sein ihr könnt das ganze jetzt nochmal wenn ihr das platt aufeinander drückt wir brauchen für die arme vier maschen und die vier maschen gehen genau hier über die seitliche kante wenn ich den körper platt aufeinander drücke dann passt das also wenn ihr euch irgendwo verzählt hat und bei euch sind das hier jetzt vier oder drei maschen dann häkelt lieber nur die vier oder drei maschen wichtiger ist dass die arme wirklich hier an der seite dann sind und nun nehme ich den arm und gehe mit der häkeln nadel hier durch die erste masche und dann mit der häkeln nadel hier im körper in die nächste masche und häkel hier so meine feste masche den faden lege ich hier wieder oben drüber und häkel den nun mit ein dann sind die arme direkt schön fest der faden vernäht also hier die zweite hier durch die nächste und hier im körper durch die nächste das ist dann die dritte und noch einmal hinten durch die letzte und hier vom körper durch die nächste und nun häkel ich wieder fünf maschen bis ich auf der anderen seite angekommen bin also das müssten bei euch auch fünf maschen sein dass der arm dann parallel dazu auf der anderen seite fest gehäkelt wird drei vier fünf hier das gleiche spielchen häkeln nadel durch die erste masche stechen da muss man ein bisschen aufpassen wenn der faden zu kurz abgeschnitten wurde dass man das dabei hier jetzt nicht aufzieht aber sobald man den faden jetzt gleich mit eingehäkelt hat ist das ganze schön fest deswegen lege ich den faden jetzt erstmal hier nach außen drüber häkel hier meine erste masche gehe hier durch die nächste und dort durch die nächste lege den faden hier drüber das ist die zweite und dasselbe mache ich jetzt auch wieder mit der dritten und der vierten und somit ist auch unsere runde komplett und der körper auch die markierung ziehe ich raus mache hier zum schluss noch eine kettmasche das heißt ich ziehe den faden einfach hier so durch den können wir jetzt auch ziemlich kurz abschneiden und stopfen den nach innen rein und den körper stopfen wir jetzt auch noch mit füllwatte aus und danach geht es auch schon weiter mit dem kopf ihr kennt das spiel beim kopf das gleiche ich fange mit einer schlaufe an beziehungsweise auch faden ring mache hier zwei luftmaschen rein und häkel sechs feste maschen in die schlaufe so in den nächsten runden nehme ich jeweils sechs zunahmen vor bis sich auf insgesamt 36 maschen kommen also jemand der sich mit amigurumis auskennt kann gleich einfach ein bisschen vorspulen alle anderen können einfach mit gucken also in der nächsten runde nehme ich dann auch sechs zunahmen vor da ich sechs maschen habe häkel ich immer zwei maschen in jede masche der vorherigen runde überall immer zwei maschen rein insgesamt sechs mal dass ich auf insgesamt zwölf feste maschen kommen so und da ich in der nächsten runde habe ich jetzt zwölf maschen auch sechs zunahmen vornehmen verdoppel ich jede zweite also eine feste masche in die zweite häkel ich zwei maschen und das ganze mache ich insgesamt sechs mal immer eine masche in die nächste zwei bis ich wieder am runden anfang angekommen bin und dann insgesamt 18 feste maschen habe noch einmal in der nächsten runde heißt das dass ich jede dritte masche verdoppel also zwei maschen in die dritte häkel ich zwei das ganze noch fünf mal eins zwei hier häkel ich wieder zwei rein so ich spule mal vor so in der nächsten runde verdoppel ich dann jede vierte masche dass ich auf 30 komme also ich häkel erst mal drei maschen und in die vierte häkel ich zwei maschen das ganze noch fünf mal weil ich insgesamt sechs zunahmen mache drei maschen in die vierte häkel ich zwei so jetzt noch vier mal auch im schnell durch noch eine runde mit sechs zunahmen da verdoppel ich jede fünfte masche und kommen dann auf insgesamt 36 feste maschen also erstmal vier maschen häkeln und in die fünfte noch eine weitere das ganze noch fünf mal also vier feste maschen und in die fünfte zwei so jetzt habe ich alle zunahmen gemacht und 36 maschen in einer runde nun lege ich mir wieder ein faden als markierung hier rein denn nun häkeln wir insgesamt vier runden hier drauf mit jeweils 36 maschen also könnt ihr entweder vier mal bis 36 zählen oder wenn ihr euch so eine markierung hier rein legt häkelt die einfach vier mal rund bis ihr bei der markierung wieder angekommen seid also vier runden häkeln wir jetzt so ich habe nur meine vier runden gehäkelt und lege die markierung nach hier oben in den nächsten runden nehme ich jeweils sechs abnahmen vor bis meine letzte runde nur noch 18 maschen hat also ich häkel hier jetzt jede fünfte und sechste zusammen das sind dann meine sechs abnahmen zwei drei vier die fünfte und sechste häkel ich zusammen noch fünf mal beziehungsweise bis ich dort bei der markierung wieder angekommen bin häkel ich jetzt immer meine vier maschen und die fünfte und sechste dann zusammen so bei sechs abnahmen heißt das dass ich in der nächsten runde jede vierte und fünfte zusammen häkeln also hätte ich jetzt drei feste maschen und die vierte und fünfte zusammen und das ganze bis ich beim bei der markierung wieder angekommen bin drei feste maschen und die vierte und fünfte zusammen häkeln so noch eine runde mit sechs abnahmen dann bin ich bei meinen 18 maschen pro runde angekommen und das heißt ich häkel jede dritte und vierte zusammen also zwei maschen die dritte und vierte häkel ich zusammen das ganze noch fünf mal so das ganze schließe ich nun mit einer kettmasche ab der kopf ist jetzt fertig und hierbei muss ich den faden aber etwas länger abschneiden die markierung brauche ich nicht mehr den kopf stopfe ich nun mit watte aus und beim ausstopfen drücke ich so ein klein bisschen hier drauf dass ich ihn so ein bisschen platt drücke ganz fest ausstopfen so und dann nehme ich meine stopfnadel und nähe den kopf auf den körper dadurch dass die maschenanzahl der letzten runde genauso groß ist wie vom körper ist das zusammennähen jetzt ganz einfach so ich halte den körper hier so drauf und nähe dann einmal um eine der letzten maschen des körpers und dann gehe ich hier ein kopf um die masche vom kopf um die nächste neben dem faden ziehe das fest und dann gehe ich als nächstes um die nächste masche immer schauen dass ihr die nächste masche erwischt wo ihr gerade durchgegangen seid und genau das gleiche hier beim kopf und so geht ihr abwechselnd immer durch körper und kopf und verbindet die beiden teile somit zwischendurch schön festziehen eventuell je nachdem wie fest ihr kopf und körper ausgestopft habt kurz bevor ihr am ende seid könnt ihr noch ein bisschen füllwatte dazwischen stopfen dass es dort nicht zu weich dann nachher ist wenn man von außen drauf drückt so wie ihr es am liebsten mögt so wenn ihr die teile verbunden habt danach noch den faden etwas vernähen faden ende abschneiden oder auch einfach je nachdem wie lange ist der noch übrig bleibt das innere ziehen und so ist der körper schon mal fertig nun häkeln wir noch diese zuckergusshaube hier oben drauf die mache ich mit weiß ihr könnt das natürlich auch in ganz vielen anderen farben ausprobieren viele dekorieren zu weihnachten ja gerne in pastelltöne dann könnte man das zum beispiel in rosa oder mint machen und nun häkelt ihr eigentlich genau so die zunahmen wie am anfang vom kopf also am anfang mit den sechs maschen und in der nächsten verdoppeln wir jede masche dass wir auf insgesamt zwölf kommen und nehmt immer in jeder runde sechs maschen zu bis ihr auch bei den 36 maschen angekommen seid also in der zweiten runde verdoppeln wir jede masche der vorherigen in der dritten runde verdoppeln wir jede zweite masche dass wir auf insgesamt 18 feste maschen kommen also eine feste masche und die zweite verdoppeln und in der nächsten runde dann jede dritte feste masche und in der nächsten runde dann jede dritte feste masche also häkelt genau so deswegen mache ich das jetzt im schnellen durchlauf wie bei dem kopf in jeder runde die sechs zunahmen bis sie auf insgesamt 36 feste maschen kommt also das sieht genauso aus wie beim kopf ich bin jetzt bei 36 maschen und damit wir wie hier dass es so runter läuft also dass es aussieht als wenn das so runter gelaufen wäre der zuckerguss da häkelt ihr jetzt außen rum ich lege mir eben mal eine markierung wieder hier rein abwechselnd feste maschen und stäbchen zum teil also ich mache jetzt hier mal zwei feste maschen dann ein halbes stäbchen dann ein ganzes stäbchen in die nächste die nächste auch nochmal ein ganzes stäbchen in die nächste ein halbes stäbchen dann wieder feste maschen das könnt ihr so nach belieben variieren dann habt ihr hier so einen bogen dran und dass da so ein tropfen runter läuft dann brauche ich jetzt vier luftmaschen dann mache ich ein halbes stäbchen hier in die dritte luftmasche von der nadel aus und hier in die nächsten zwei luftmaschen die hier noch sind feste maschen so habe ich hier ein so runter gelaufen tropfen gehäkelt und häkel hier unten wieder weiterhin feste maschen und das könnt ihr beliebig oft und viel wiederholen ihr könnt auch mal zum beispiel nur drei luftmaschen machen und dann erst ein halbes stäbchen dann ist unten so ein bisschen dicker knuppel und in die nächste eine feste masche seht ihr dann habt ihr einen längeren und einen kürzeren dann häkel ich wieder ein paar feste maschen dann mache ich wieder das mit ein halbes stäbchen dann ein ganzes stäbchen und so könnt ihr ja jedes also wenn ihr mehrere machen wollt jedem püppchen so einen anderen individuellen look geben dann sieht jedes ein wenig anders aus wenn ihr das überall ein bisschen variiert und das macht ihr dann einfach nach belieben oft bis ihr eine runde auf diese art und weise gehäkelt habt ihr könnt auch mittendrin einfach mal mehrere stäbchen aneinander machen so jetzt habe ich mehrere stäbchen gehäkelt dann wieder ein halbes und wieder feste maschen jetzt hätte ich noch mal einen tropfen zum schluss so und zum ende der runde schließen wir auch hier mit einer kettmasche ab den faden brauchen wir nicht mehr schneiden den faden etwas länger ab nehmen jetzt unsere stopfnadel und nähen dieses häubchen oder mütze auf den körper dann könnt ihr hier so ein bisschen variieren wie ihr die tropfen angeordnet haben wollt ein bisschen schräg oder gerade so könnt ihr das nach belieben jetzt hier drauf nähen und so näht ihr das einfach so grob schon dass es hält aber mit ein paar stichen rundherum hier drauf können die tropfen dass die nicht sich hoch rollen dann auch nochmal mit ein paar stichen fixieren und fest nähen weil sonst kann sein dass die sich hier so immer hoch krängeln zum schluss den faden dann einfach noch etwas vernähen und abschneiden und nun ist das männchen auch schon fast fertig jetzt fehlen nur noch die kleinigkeiten zum verzieren das könnt ihr nach belieben verzieren ihr könnt auch statt ein gesicht jetzt aufzusticken also ich nehme dazu einen schwarzen faden und sticke augen und mund auf aber natürlich könnt ihr auch die aufkleben zum beispiel aus filz ausschneiden oder wackelaugen drauf oder ihr nehmt sicherheits augen ich mache hier mit dem faden einfach so kleine euklein mit ein paar stichen auf der stelle bis ich die gewünschte dicke habe so und da das nächste auge ihr könnt ihr auch in bunten machen weil echte lebkuchenmännchen haben die ja auch schon mal so so tropfen also bunten tropfen einfach nur so drauf gesteckt da könnt ihr so ein bisschen ausprobieren den mund zum beispiel aus weißem garn statt aus schwarzem und so könnt ihr eurem männchen und ganz eigenen individuellen look verpassen ich fixiere den faden hier noch in der mitte mit ein paar stichen also lege ihn erst in der kompletten länge so groß wie der mund sein soll drüber und überall in der mitte fixiere ich ihn noch dass das auch wirklich gut hält ja und jetzt fehlen tatsächlich nur noch die kleinen knöpfe vorne drauf und die könnt ihr auch nach belieben in beliebiger farbe und anzahl aufstecken ich nehme jetzt mal rotes garn ihr könnt da auch so klein es gibt doch diese kleinen pompoms zu kaufen diese fellkugeln und diese aufkleben mit glitzer verzieren und ich muss gestehen im dekorieren habe ich nie so viele ideen da habt ihr vielleicht noch sehr viel mehr ideen als ich im ermittelt ungefähr die mitte schwierig gerade mit der mitte naja wird gehen und ich gehe dann hier über zwei rein und stecke hier vorne noch so zwei knöpfe drauf einfach paar mal hier über die gleiche stelle bis ihr die gewünschte dicke habt und da drunter dann noch einen ihr könnt auch noch mehrere hier drauf stecken vielleicht sogar in herzchen form sieht bestimmt auch ganz süß aus ja und so ist euer liebkuchenmännchen dann auch schon fertig also am ende nach belieben ausschmücken ich zeige euch das jetzt noch eben wie ich das fertig mache faden durchziehen und abschneiden und so ist das liebkuchenmännchen auch schon fertig ich wünsche euch ganz viel spaß beim nachhäkeln und verschenken oder euch damit selbst zu beschenken tschüss tschüss